Wir befinden uns hier im Bereich Materialumschlag auf den Kiesel-Technologietagen. Bei uns im Bereich haben wir alles mit dabei, was im Materialumschlag heutzutage eingesetzt wird. Von Hitachi-Radladern, den Giant-Radladern und natürlich den Terex-Fuchs-Lademaschinen. Wir haben eine breite Auswahl dabei. Unsere klassische Recyclingmaschine direkt hinter mir. Den MHL 320 ist unsere kleinste Maschine in dem Bereich. 20 Tonnen, ideal fürs Recycling. Und unseren 335er mit dem Kiesel-Tool-Quick-Connect-System. Einmalig auf dem Markt, voll hydraulischer Schnellwechsler, wo ich zwischen verschiedenen Anbaugeräten wechseln kann. Alles von der Kabine aus, Fahrer muss manuell nicht mehr eingreifen. Als besonderes Highlight haben wir aber heute unseren MHL 350 E-FQC dabei. Die E-Serie ist brandneu im Markt. Wurde vor ungefähr einem halben Jahr eingeführt. Und wir haben hier die FQC-Variante. Steht für Fuchs-Quick-Connect dabei. Das heißt, ich kann vorne den Ladestil, kann ich tauschen gegen die Schere, die wir jetzt angebaut sehen. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, was man mit so einer Schere alles im Einsatz machen kann. An der Maschine hier haben wir eine Genesis GX-T400 Schere verbaut. Die Schere ist ideal an der Maschine, um auf dem Schrottplatz T-Träger, Werkzeugteile, Maschinenteile, Chassis, Eisenbahnwagons, was immer einem einfällt, auseinander zu nehmen. Das besondere Highlight hier an unserer E-Serie ist der neue Motor. Wir befinden uns aktuell in der Abgasstufe Tier 4 Interim. Das heißt ganz einfach, wir müssen unser Abgas nachbehandeln mit einem Rußpartikelfilter und einem Nachbrenner. Man hat aber hier an der Maschine nicht nur den Motor verändert, sondern hat gleichzeitig die Hydraulik optimiert, Kühler optimiert und im Prinzip auch den Lärm der Maschine ums Wesentliche reduzieren können. Was wir jetzt sehen, ist der klassische Schnellwechselvorgang. Auch hier wieder von der Kabine aus der Fahrer muss nicht aussteigen. Er kann die Schere jetzt auf einem kleinen Ablagebock ablegen und kann direkt auf den Ladestiel, der dahinter liegt, wechseln. Fuchs Quick Connect System ist patentiert. Kiesl war unter anderem mit in der Entwicklung beteiligt. Vorne haben wir einen Schnellwechsel aus dem Tiefbau, den OQ80 mit verbaut. Weltweit Marktführer, was hydraulische Schnellwechsel angeht. Und Sie sehen es, innerhalb kürzester Zeit, nicht mal 30, 40 Sekunden, kann er komplett die Schere abnägen und rüber zum Ladestiel wechseln. Natürlich haben alle Terex-Hux-Lademaschinen eine serienmäßige, hochfahrbare Kabine. Das ermöglicht dem Fahrer einfach den besten Überblick über seinen Arbeitsplatz zu behalten. Ein besonderes Highlight noch mit in der Maschine haben wir vorne. Das rote Zwischenstück ist eine volldynamische Baggerwaage. Das heißt, während er jetzt das Material aufnimmt, wiegt diese Wiegeeinheit schon und kann dem Fahrer direkt in der Kabine übermitteln, wie viel Gewicht ich denn gerade im Greifer drin hatte. So ein Fuchs FQC ist der ideale Geräteträger. Wir können hier mit vielen Werkzeugen spielen, egal ob Greifer, Meerschalengreifer, Magnetplatte, Zweischalengreifer. Durch das Schnellwechselsystem sind wir hier einmalig flexibel im Markt. Und Sie sehen, was der Fuchs für eine Kraft hat. Nicht mal eine abgenutzte alte Mulde von einem Starrrahmenkipper sind hier große Herausforderungen für uns bei den Praglasten.